Ich heiße Daniel Lugo und ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie arbeiten hart. Und das Leben, was gibt es Ihnen dafür? Eine große Portion Schande mit Scheiße als Beilage. Seien Sie kein Schwacher. Seien Sie ein Macher. Ich hatte eine Frau und zwei wunderschöne Töchter. Gott sei Dank hab ich mich scheiden lassen, denn jetzt hab ich sieben hübsche Hühner, unter denen ich wählen kann. Wahnsinn. Der Kerl versteht mich. Wir haben doch was Besseres verdient. Ich auf jeden Fall. Mr. Dorbe, nehmen Sie momentan Steroide? Hat das Zeug mich fertig gemacht? Wer braucht mein Eier, um mir zu erscheinen? Meine sind eher Rosinen. Wenigstens sind die ihre mit Schokolade überzogen, also... Oh Gott, Entschuldigung. Ihr werdet klein gehalten von Leuten, die sich ihren Reichtum ergaunert haben. Das werde ich ändern. Wir können den doch nicht hegnetten und seine Sachen klauen. Doch, können wir. Wir sind Krimineller. Wir brauchen was, um Menschen zu schocken, kampfunfähig zu machen und einzusperren. Taseln Sie mich! Igel ist unterwegs. Habt ihr ihn? Wo ist der? Da hinten! Ihr habt den falschen BMW. Wir dachten, das wär sein Auto. Der Wagen sieht genauso aus. Walk into the club, like, what up, I got a big cock. Diese Typen haben alles mitgehen lassen, was man ihnen gehörte. Danke, Kumpel. Das ist alles notariell beurkundet und die genießen das jetzt. Ich werde es dir besorgen. In Jazz style. Was ist los mit euch Klaus? Schnell, schnapp dir den Gartenfleisch. Damit du Bescheid weißt, du kriegst erst einer von die Nuss und gehst K.O. Hast du Blödsinn gebaut? Ja, das ist ja. Ein bisschen vielleicht. Die haben mein Zeh erfischt. Da sieht man die Knochen. Na, du Kleiner? Hast du Hunger? Was treibst du denn da unten? Das tut weh. Das gehört dazu. Ohne Fleiß keinen Preis. Jetzt stelle ich nicht so an, Rusty. Klotz nicht so blöd. Ich sehe, wie deine Mutter dauernd herschiel zu mir. In einer Woche bin ich dein Stiefvater.